Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Final Fantasy 14 online. Wenn euch ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen. So, wenn ihr euch dazu entscheiden solltet, und hier steht einfach so ein Random Dude, der macht gerade die Story. Ich glaube, der erlebt hier gerade die Story seines Lebens. Und wir sind aber auf dem Weg zur letzten Indie, die wir noch machen müssen, für den letzten Doom-Match-Spell, bevor wir die ganze Geschichte weitermachen. Yay! Die ganze schöne Geschichte. Wir müssen in Alexander Last des Sohnes. Pah, dann machen wir das nochmal, ne? Würde ich mal sagen. Ich hoffe, du hast die Musik hier gelassen. Ja, ich genieße die Musik hier immer. Ich war hier nicht schon mal fünf Stunden am Farm und kann diese Musik erst mal nicht mehr hören. Nein, nein. Wir haben übrigens gerade eben für die Leute auf YouTube dann, wir haben gerade eben Sildi weitergemacht und haben endlich Silki gelegt. Das ist der Stand, wo wir gerade sind. Wir haben übrigens vergessen, unsere Tank-Stands zu holen von dem Tank. Das ist der Stand. Dann mache ich WD. Mega-Strahl, klingt nicht gut. Au. Ich schalte doch davor. Die einmal komplett zusammengesetzt haben für den Skill, den wir brauchen. Das ist der Stand. Was hättest du mit DD? Dann kopiere ich dich doch gerne mal. Ja, wenn du Blue Mage kopierst, hast du immer DD. Hm. Wir gelten als Zauber, also Caster. Der ist doch zu gut. Warum will der noch schießen? Hm. Der ist ja einfach tot. Du bekommst hier auf die Zünden. Das heißt, erinnert sich an unsere DPS-Werte gerade eben bei Silki. Wir machen hier mehr? Nee. Mehr machen wir nicht. Aber wir sind halt bei der Hälfte von den DPS-Werten, die wir bei Silki machen. Wünscht du Feinden, 70. Oh. Gut, wir haben natürlich Kraft des Transundierens hier dann aktiv. Das macht schon was aus. Ja, Blue Mage ist schon sehr stark. Vor allem ist der Blue Mage hat einer. Ich bin eine Klasse und kann alles. Ich kann heilen, ich kann dies, ich kann alles. Die Musik ist so nice. Die Musik passt wieder lauter. Kriegst ein Zauberhammer. Oh, den Apokalypsen-Strahl, den hätte ich gerne. Nein. Nein. Ich wollte schon gar nicht spoilern. Ja. Ich lasse mich nicht spoilern. Sagt ihr, wer hat die Hälfte der Fähigkeiten eigentlich von Kind? Weil der dann nachguckt. Magst du mir das erste Mal nicht bekommen? Guck ich aber nach. Ja, ja. Der gleich, wenn der sich nochmal aufzeilt, oder bei komischen Einsprungen macht, das ist glaube ich, den jemand bekommen sollte. Also Doppelratfäter würde ich auch nehmen, aber wie weiß ich nicht. Megastrahl. Der ist immer mega. Ihr habt ihn getötet. Der hat seine Fähigkeit noch nicht gemacht heute. Was? Der hat die Fähigkeit noch nicht gemacht. Was für eine Fähigkeit? Die haben Worte vom Blue Match. Ich habe keine Ahnung wovon du sprichst. Was ist dir für eine Fähigkeit hergekommen? Ich habe das einfach nur zu Spaß gemacht. Verstehe, verstehe. Silky endlich besiegt. Nun wirds blau. Diese kryptischen Titel. Der ist mein Hammer. Und jetzt mit Ravanna. Das sind die aber auch noch. Boom, boom, boom. Ja. Das sind Prima-Edinger. Ich habe gar keine Chance. Bum, 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 ba, dum, dum. Traubehammer. Im Personal Bis zum Mahmunt. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Du kannst jetzt nicht sofort töten. Nicht sofort töten, nein. Wir können ihn aber gut schon um 40% oder so runterhauen. Sofort töten. Okay, totst du so fällig. Du bist gleich tot, Seth. Ja. Nein, ich hab's festgeheult. Was machst du da, Seth? Was war das? Du siehst du da in einer Bubble drin? Ja, Seth brüht da glaub ich irgendwas aus, weil... Ja, du sollst du nimmst. Weil ich war am Ende meiner Bubble drin, da kann ich fliege so machen, außer ein Blatt drin. Hehehehe. Man dialedt jaß nichts erhalten, der was. Okay. Nichtbar. Ah, und jetzt? Ich habe erfolgt, hat nichts gemacht. Tatsächlich ist es nicht gut. Jeder. Jeder? Bei Sachen, die du nicht angreifen kannst? Ja. Aber da vorne. Jetzt kommt die. Jetzt wird sie bene once. Oh, jetzt wird sie töten! Jetzt wird sie es töten. Ich will aber nicht mehr. Gewissenstritt. Kannst du jetzt ins Gewissen treten oder was? Ja, du darfst dir mit's Gewissen treten. Ja, ich kann dein Gewissen drehen. Du springst zum Ziel und greifst alle umstehenden Gegner mit einer element-neutralen physischen Attacke an. Attacke wird 300, Attacke wird verringert sich nach dem zweiten Gegner um 50%. Kann nicht während Fessel ausgeführt werden, gemeinsame Reaktivierungsteilung mit Quasar. Okay. Ja, schön. Das war sehr schön. Ja, jetzt müssen wir uns vom Video schon verabschieden, ne? Genau, ich will mich ja noch nicht spoilern lassen. Nicht spoilern lassen. So sieht's aus. Tschüss. Ja, tschau. Für uns geht's jetzt nach Hulda, glaube ich. Ja. So. Auf geht's. Erstmal die falsche Richtung. Ja. 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 Hämmerweide. Gibt's neue Dings? Einen Tote. Einen Tote. Einen Tote. Welche Nummer ist das jetzt? Auf der sechsten Seite ist das scheinbar. 88. Oh mein Gott. Du regenerierst. Du regenerierst eigene LP und die von oben stehenden Gruppenmitglieder. Heilpotenzial 400. Zusatzeffekt bei Äther Mimikral Heiler. Regeneriert stetig LP des Ziels. Heilpotenzial 200 Dauer 15 Sekunden. Alter Schwede ist das eine gute Heilsauber. Ich überlege dir schon fast weißer Wind wegzumachen. Ja, aber hohe Krüder. Hohe Krüder. Aber nicht so viele MP kosten. Ja. So. Mit Martin auf der Hämmerweide. Okay, da teleportier ich uns mal. Wobei das ist so mittendrin, dass wir theoretisch zu Fuß gehen können. Also. Mit dem Eteriten. Zum Tor. Welches Tor ist denn das nochmal? Das müsste im westlichen Tallerlandes sein. Naja. Das erste Tor. Teleporter. Sinkronen. Normalerweise müsste ich mir ein Bein ausreißen, um diese beiden dazu zu bewegen, ernsthaft zu trainieren. Aber als ich erwähnte, dass du mitkommen würdest, konnten sie gar nicht schnell genug herkommen. Ich dachte, sie sollten ein wenig praktische Blaumagie sehen. Fan ab der Zuschaustellung in der großen Maskerade. Da habe ich mir diesen Arena-Wikinger geliehen, damit du an ihm ein paar Zauber vorführen kannst. Ich muss ihn aber wieder zurückgeben. Also halte dich etwas zurück, ja? Ich wusste, du würdest mich nicht enttäuschen. Gib mir Bescheid, wenn du soweit bist und ich stelle ihn auf sanftes Verstümmeln ein. Also gut, ihr beiden. Steht da nicht nur mit offenem Mund und glasigen Augen rum. Achtet darauf, welche Zauberpotato wann einsetzt. Der schützt einfach irgendwas ein. Uuuuh. Spaß, ne? Röste dich proben. Stimmt, können wir auch machen. Oh, es gab Focky-Gang, do my night. Haha, genau wie ich es dir beigebracht habe. Seid fleißig, fließende Bewegung und deine Beinarbeit war wahrlich beeindruckend. Er hatte keine Chance. Du hast einfach immer weiter angegriffen, bis er nur noch ein rauchender Haufen Schrott war. Ja, äh, 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 aber er hat wohl nicht von allen seinen anderen jobklärern gelernt dass wir irgendwann alle übertrumpfen hätte mal aufgepasst hätte meine unsere biografie geguckt ich habe nur tibab und tibor und pian die mit ein paar besorgung für die gilde beauftragt aber sie werden bald zurück sein du meine güte das sind aber nicht die gebühren auf die wir uns geeinigt hatten marionetten und gastausbilder sind nicht gerade billig wisst ihr außerdem sind so ein paar zusätzliche gilt auch kleingeld wenn ihr erstmal vollwertige blaumeier gesagt er zieht immer noch die leute ab ihr werdet sich bereuen das verspreche ich wir haben nie was bezahlt für unsere ausbildung jetzt sagt die leute immer noch ab so gefällt ihr mich schon besser wenn ihr mir wenn ihr dem vorbild von potato mir folgt will die an windes eile wilde bestien erlegen und zauber meistern nun geht meine treuen der linge ist es doch noch uns er nutzt uns für seinen komischen scheme damit schaut mal potato an das könnte dir sein verdammte axt was glauben sie eigentlich was ich hier betreibe eine wohlfahrtsorganisation ja ich wusste nicht dass du dir diese lektion bezahlen lässt du hast natürlich sehr ruhig und gibt mir meinen anteil wie soll ich die gilde denn sonst über wasser halten du solltest wissen dass die gebühren vollkommen im rahmen sind angesichts all der unvorhergesehenen ausgaben du wirst deinen anteil bekommen abzüglich der kosten für die reparatur der marionette die du zerlegt hast aber es gibt da etwas anderes das meine aufmerksamkeit erregt hat meine lehrlinge sind nicht die einzigen auf der suche nach gegnern sind um ihre fähigkeiten zu testen abenteuer roten sich doch häufig zusammen oder forschen verlassene katakomben verfluchte herren häuser und dergleichen richtig üblicherweise entscheiden sie sich im voraus was wer macht je nach ihrer expertise einer bricht voran und zieht die aufmerksamkeit der bestien auf sich ein paar andere stechen auf sie ein oder maltretieren sie mit flammen und in der regel gibt es auch jemanden der sich um verdrehte gliedmassen und offene wunden kümmert in anderen worten jeder hat eine bestimmte rolle zu erfüllen du kannst dir sicher vorstellen wie überrascht ich war zu erfahren dass reine blau magier gruppen sich genauso gut schlagen ohne sich auf eine bestimmte rolle zu spezialisieren das kann natürlich nur eins bedeuten blau magier können einfach alles das stimmt angreifen verteidigen heilen die ganze schose ich werde weitere informationen sammeln um diese theorie in den kommenden tagen zu beweisen einschließlich der berichte meiner gilt mitglieder nachdem sie von ihren eskapaden zurückgekehrt sind sespi andy und nutiba pun tiba können ja bei unserem nächsten treffen etwas interessantes zu erzählen haben allerdings haben die beiden sich auf die blaue magie gestürzt wie ein fisch der versucht auf bäume zu klettern er anderen worten sie stellen sich nicht sonderlich geschickt an darum werde ich sie in einem zusätzlichen training unterziehen und ich möchte dass du dabei bist bis dahin solltest du den umgang mit dem zauberspruch pfeife lernen an die arbeit mein überaus fähiger lehrling haben wir alles schon gelernt solch eine pfeife martin hat ein paar weise sprüche parat dann hast du pfeife also erlernt ich vermute es wird sich in unserer nächsten lektion als nützlicher weisen ich denke wir sollten sie nicht warten lassen also brechen genau die magier nach denen ich gesucht hatte ich habe die ehre meister für jetzt eine tour durch die himmlische arena und unsere einrichtung zu geben wird hier vielleicht so nett uns zu begleiten falls ihr nicht anderweitig beschäftigt seid natürlich beschäftigt ach ganz und gar nicht fotele und ich sind frei wie vögel nicht wahr bitte gibt mir nur einen moment um die blau magier gilde vermeister furges vorzubereiten immerhin haben wir nicht jeden tag solche erlauchte gäste eigentlich gilt man hauptsächlich das interesse den bestien der himmlischen arena wo sie gehalten werden wie sie gefangen werden und so weiter wie ihr wünscht ich werde euch mit den mitarbeitern der himmlischen arena bekannt machen und danach kann ich euch die unerlässliche rolle der blau magier gilde erklären bei genauerem nachdenken brauchen wir vermutlich nicht brauchen wir euch vermutlich nicht beide potato warum begleitest du uns nicht es wäre eine wunderbare gelegenheit für dich zu sehen was hinter den kulissen unserer menagerie vorgeht da ich bereits mit den abläufen der großen maskerade vertraut bin werde ich diese zeit nutzen um ein spektakulärer zur schaustellung der blau magie für meister furges vorzubereiten dann wollen wir mal bitte erlaubt mir euch zur goldschmiede gilde zurückführen die goldschmiede liefert viele der mechanischen krieger die in der großen maskerade auftreten so wie arena wikinger und zahlreiche andere marionetten seit die himmlische arena die ersten bestellungen für marionetten aufgab haben unsere handwerker ganz schön rangeklotzt um mit der nachfrage mitzuhalten die meisten von ihnen sind nach schale janschen entwürfen konstruiert und selbst die einfachen einfacheren konfiguration sind erstaunlich komplex nichtsdestotrotz haben wir auf wunsch von freundern reuss versucht die derzeitig verfügbaren modelle um eine reihe von maschinen zu erweitern die garantiert alle weniger kampferprobten gladiatoren wein zu ihren mamis rennen lassen würden die marionetten müssen jedoch stets in einem top zustand gehalten werden was sich als ziemlich kostspielig erweisen kann wir versuchen deshalb so viele teile wie möglich hier in ulda anfertigen zu lassen um die wartungskosten zu drücken die goldschmiede gilde hat auch den kauf mehrerer allergischer relikte von der san koina stiftung eingefädelt einschließlich der kämpferischen und bestialischen systeme die in der großen maskerade zum einsatz kommen schalejanische und allergische technologie also faszinierend ich bin mir sicher ihr werdet ähnlich beeindruckt davon sein was ich euch in der taumatogen gilde zu zeigen habe hier entlang bitte taumatogen es ist vermutlich kein geheimnis dass die taumatogen gilde regelmäßig rituale durchführt um eine reihe von nichts gesandten zu beschwören die wir in der himmlischen arena zum einsatz bringen unter normalen umständen würden wir nicht zulassen dass solche kreaturen die hallen der gilde verlassen dürfen aber im fall von freundern reuss sind wir bereit eine ausnahme zu machen uns von der gilde uns von der gilde ist es nur gestattet nichts gesandter als teil unserer fortlaufenden experimente zu beschwören und sobald unsere studien abgeschossen sind müssen wir die kreaturen entweder entsorgen oder sie zurück durch das nichts portal schicken die himmlische arena verfügt jedoch über vorrichtungen um sie in schach zu halten darunter magische käfige fesseln und mitarbeiter die in den dunklen künsten ausgebildet sind dies alles findet mit der ausdrücklichen genehmigung der priester des ordens statt um missgeschicke zu vermeiden als ich das erste mal hörte dass ihr nichts gesandte in die arena entfesselt traut sich meinen ohren kaum aber da offenkundig die notwendigen schritte unternommen wurden um die sicherheit des publikums und die ganz uldas zu gewährleisten gibt es wohl keinen grund für bedenken sehr richtig ultras und typhoon die angeblich das resultat von der experimente der tombark turgen gilde sind sind sowohl im kolosseum als auch als teil der großen maskerade aufgetreten sie mögen zwar die geifernden brut des jenseits sein aber unter angebessener aufsicht sind sie ziemlich gefügig ihr werdet jedoch sicherlich erleichtert sein zu hören dass die meisten bestien der himmlischen arena aus dem dies seit stammen ein kurzer abstecher in den treibsand den letzten halt unseres rundgangs wird enthüllen wie wir an solche kreaturen gelangen jetzt kommt ihr zu wenigstens zu lösen Unsere Verträge mit zahlreichen Abenteurer gelten, sichern uns einen stetigen Versorger mit kampfbereiten Bestien von den verschiedensten Orten. Ich glaube, seinen wilden Behemoth zu töten wäre schwierig. Versuch mal, ihn nicht zu töten, zu einem Bündel zu verpacken und das verdammte Ding den ganzen Weg nach Ulda zu zehren. Ach, der hier weiß, wovon ich rede. Ich wette, das ist dir nicht gerade fremd, sie mit Seilen zusammenzubinden, sie in Säcke zu stopfen und solche Sachen. Es ist zweifellos harte Arbeit, aber die Bezahlung ist in Ordnung. Wir setzen nur die besten Abenteurer ein und falls es doch mal zu einem Unfall kommt, nun, dann heuern wir einfach jemand anderen als Ersatz an. Haha, ausgezeichnet. Es gibt keinen Grund, das Leben der eigenen Mitarbeiter zu riskieren, nicht wahr? Und wenn ich das sagen darf, ich bin in der Tat äußerst beeindruckt, welchen Aufwand ihr betreibt, um das Publikum zu unterhalten. Offensichtlich habt ihr weder Kosten noch Mühen gescheut. Das Kolosseum verfügt über seine eigene Menagerie, aber was die pure Vielfalt angeht, verblasst sie im Vergleich zur großen Maskerade. Ja, anscheinend ist die himmlische Arena jeden Guild wert, den ich darin zu investieren gedenke. Genau genommen bin ich so überwältigt von eurer Professionalität, dass ich bereit bin, die Summe zu erhöhen. Meister Fergus, eure Großzügigkeit kennt keine Grenzen. Nun, ich denke, dass Martin mit den Vorbereitungen für seine Demonstration fertig ist, um euch eine Vorstellung von der Unterhaltung zu geben, die wir von Blaubeert Falschenblau und seinen vielversprechenden Schülern erwarten können. Ist er jetzt da, wo er immer ist? Gute Frage. Ich gucke einfach mal. Ja, ist er. Lieber Gilder. Da, wo er immer ist. Meine Damen und Herren, vielen Dank für eure Geduld. Ihr seid dabei, Zeugen eines Spektakels zu werden, wie Ulda es noch nie... Nicht jetzt, mein Lieber. Ich fürchte, einer der Gladiatoren unter meiner Schirmherrschaft feiert gleich sein Debüt in der großen Maskerade. Wird ihr mich wohl begleiten wollen? Der Herausforderer, von dem ich spreche, hat große Erfolge im Kolosseum gefeiert und ich persönlich bin ziemlich stolz auf ihn. Was meinst du, Kumpel? Es wäre mir eine Ehre. Wird ihr nicht? Das war's für heute. Er feiert seinen ersten Sieg in der großen Maskerade. Dieser aufsteigende Stern des Kolosseums hat seinen Namen von einem sagenumwobenen Säbelschwinger. Und wie Sie sehen können, werden seine Fähigkeiten dem gerecht. Äh. Ja, dann zeig mir, was du kannst, Martin. Was ist das? Sieg präsentiert eine Herausforderung in Richtung Blaubert Fallchenblau. Die Champions der himmlischen Arena und des Kolosseums werden in einem Zusammenprall gegeneinander antreten, der die Arena mit Sicherheit in Flammen stecken wird. Möglicherweise sogar wortwörtlich. Ich sehe Martin sterben. Äh, das ist ein ziemlicher Bett, der ist der Typ. Schauen wir mal, was da so kommen wird. Unser Lehrer stirbt. Auch interessant. Verfluchte Höllen. Eigentlich bin ich nur zum Zuschauen gekommen und am Ende wurde ich in einen Kampf mit diesen schwer, schwer wedelnden Deppen verwickelt. Der versucht, mir mein Publikum streitig zu machen. Das ist mal wieder typisch. Was für eine Darbietung, doch anscheinend steht uns das Beste noch bevor. Erlaubt mir euch, den Mann hinter der Maske vorzustellen. Ich präsentiere euch den Kommandanten der Eisenscheinsoldaten. Äh, mein ältester Sohn, Sörenberg. Ich freue mich, eure Bekanntschaft zu machen. Entschuldigt meine Direktheit, aber dürft ihr euch fragen, warum einer der höchst dekorierten Gladiatoren des Colosseums an der großen Maske gerade teilnimmt? Wie ihr sicherlich wisst, fungieren die Eisenscheinsoldaten als privater Sicherheitsgruppe der Amagina Bergbau AG und bieten Schutz für unsere zahlreichen Bergbau- und Frachtgutunternehmungen. Die Soldaten dienen mit Stolz und Ehre, doch der ständige Wachdienst macht die Arbeit eintönig und ein wenig verlockend. Vor allem im Vergleich zu den Messenklingen, deren Ruf für die Annahme von Schmiergeldern und Erpressung vieler mächtigen Söldner auf der Suche nach einem schnellen Gil anlockt. Ich benötige neue Rekruten und die große Maskerade bietet eine einzigartige Gelegenheit, das kämpferische Können der besten Eisenscheinsoldaten zur Schau zu stellen. Das blendende Feuerwerk vom Blaubert Feilchenblau ist gute Unterhaltung. Und die Gil seiner treuen Anhänger sind äußerst willkommen. Sobald wir die Idee in der Tasche haben, werden wir die Überlegenheit der Eisenscheinsoldaten demonstrieren. Stramme junge Männer und Frauen werden sich meiner Truppe anschließen wollen, während ich die Gela aus den Ticketverkäufen einheimse. Ist das nicht perfekt? Diese Gelegenheit habe ich der Beliebtheit deiner Blaumagie zu verdanken, aber darüber hinaus habe ich kein Interesse an deinen Taschenspielertricks. Nichtsdestotrotz freue ich mich auf deinen Kampf mit meinem Sohn. Bis zum nächsten Mal. Tja, viel Glück, ne? Der wird uns doch jetzt schicken. Ja, aber wir wurden nicht herausgefordert, dass wir cheaten. Beital, dieser Tag wird immer besser. Wenn ich daran denke, dass ich für diesen aufgeblasenen Windbeutel die Ausbildung meiner Lehrlinge vernachlässigt habe, ich denke, ich muss mich bei den beiden entschuldigen. Das kann warten. Du musst dich auf deinen Kampf gegen Seedfried konzentrieren. Wer weiß, womöglich gewinnst du sogar. Und dann werden Vögel seine Worte im Hals stecken bleiben. Womöglich gewinnst du sogar? Der Gedanke, dass ich verlieren könnte, ist mir noch gar nicht gekommen. Wenn ich mit diesen muskelbepackten Aua-Ochsen fertig bin, wird sein eigener Vater ihn nicht wiedererkennen. Nichts weniger würde ich von Blaubeert Falschenblau erwarten. Natürlich werde ich das Programm ein wenig umstellen müssen, um deinen Kampf gegen Seedfried unterzukriegen. Ich benötige dich in Topform. Also tu, was immer ihr Blaumagier auch treibt, um euch vorzubereiten. Himmelblau werden, einfach saufen. Hast du gesehen, wie groß dieser Zirnberg ist? Ein Schwertrieb von dem möchte ich nur ungern abkriegen. Hm. Ich will nicht sagen, dass es wahrscheinlich ist, aber falls mir etwas vor dem Kampf zuschoßen sollte, möchte ich, dass du meinen Platz einnimmst. Nach dieser Angelegenheit mit was, Drach? Weiß man ja nie, was alles schief gehen könnte. Oh, oh, ich bin verletzt. Oh, ich kann nicht antreten. Ach, ehrlich gesagt, freue ich mich kein bisschen darauf. Vielleicht sollte ich mich ein wenig ablenken, indem ich mich auf die Gilde konzentriere. Beginnt mit der nächsten Lektion für Pian-Dier, Pian-Dier und Notiber. Ich habe vorher noch ein paar Dinge zu erledigen, also warum ziehst du in der Zwischenzeit nicht mal los und lernst Ex-Ex-U-Viation? Hör zu, Potato. Die Blaumagier-Gilde stand noch nie vor einer größeren Herausforderung. Wir müssen alle bereit sein für die Dinge, die Fergus und sein Dummkopf von einem Sohn für uns in petto haben. Oh nein, ich bin verletzt. In den fünf Minuten bin ich jetzt verletzt. Oh, ich kann nichts nicht antreten. Gut, dass du den Spell gelernt hast. Den wolltest du brauchen. Martin versucht verzweifelt, sich von seinem bevorstehenden Kampf gegen Siegfried abzulenken. Du fragst dich womöglich, warum ich dich gebeten habe, ausgerechnet Ex-U-Viation zu lernen. Nun ist das alles Teil meiner Forschung bezüglich der Vielseitigkeit der Blaumagier. Ich will zeigen, wie effektiv dieser Zauber ist, um meine Gruppe am Leben zu halten. Genau genommen hatte ich daran gedacht, Pian-Dier und Notiber auf eine Explosion mitzunehmen, um ein paar meiner Theorien zu testen. Auch für sie wird es ein gutes Training sein. Ich habe sie bereits nach Horizont vorgeschickt und von dort aus werden wir uns in die Kupferglockenmine begeben, wo angeblich Hex-Hekaton-Scheren-Ionwesen treiben. Ein fortwährendes Problem, berichten zufolge. Klingt nach der perfekten Gelegenheit, unsere Teamarbeit unter Beweis zu stellen. Nicht, dass wir schon jemals als Gruppe zusammengearbeitet hätten, aber irgendwo muss man ja anfangen. Boah, ich habe kratzen im Hals. Unsere Teamarbeit, die sehe ich schon kommen. Latulia ist nicht sicher, was diesen Plan angeht. Nicht nur Tibor und Pian, die halten es vermutlich für eine Übung, aber Hex-Kantos-Scheren sind sehr gefährlich. Bitte passt auf, dass die drei nicht verletzt werden. Vielleicht kann Potato als Heiler fungieren, ja? Solo in den Ball, was? Mal gucken. Alter Schwede. So. Wozu den verfluchten Höllen sind sie? Wie ich sie kenne, werden sie vermutlich gerade von einem Betrüger an ihr hartverdienten Bill geprellt. Ähm. Ja, dir. Sowieso sie kennst, ja, ja, von dir. Oh, sieh mal, wer da ist. Seid ihr fertig mit der Besichtigung? Meister Potato, so hätte wir uns das letzte Mal gesehen haben, hat meine Blaumagie große Fortschritte gemacht. Und dank unserer Lektion fällt es mir leichter, Gegnern auf die Füße zu treten oder Tentakel, nun was auch immer. Hey, haltet mal die Luft an, ihr beiden. Ihr mögt um ein paar Zorbe und um wenig Erfahrung reicher sein, aber wenn ihr nachlässig werdet, werden diese Hex-Kantos-Scheren schneller auf euren Knochen herumkauen, als ihr Spucksadine sagen könnt. Ach, in der Kopferglocken-Biede kenne ich mich aus, weißt du? Hex-Kantos-Scheren machen mir keine Angst. Ich muss zugeben, dass dies mein erstes Mal an diesem speziellen Ort ist, aber ich habe andere Arbeteure um Rat gebeten und mir den Grundriss der Tunnel und so angeschaut. Wer versagt, sich vorzubereiten, bereitet sein Versagen vor, lautet mein Motto. Wie sieht's bei dir aus, Gildenmeister? Ich kann nicht behaupten, schon mal dort gewesen zu sein, aber wenn man so bewandert in den blauen Künstlisten ist wie ich, kann man improvisieren, sozusagen. Sag, mein Potato, weißt du etwas über die Kopferglocken-Miene? Nö, gar nichts. Ich war schon öfter dort, als du warme Mahlzeiten hattest. Vielleicht sollte ich dir dann die Führung überlassen. War nur Spaß. Wir wissen doch alle, wer hier der Anführer ist. Ja, ich. Nicht du? Ja, ich glaube, das haben die alle jetzt schon klar gemacht, ja. Das hat er ja noch nicht so ganz verstanden, glaube ich, wer hier der Anführer ist. Wir haben auf dich gewartet, als dieser verfluchte, fliegende Bastard aus dem Nichts erschien. Obwohl er uns überrascht hat, konnte er gegen die geballte Stärke unserer Blau-Magie nichts ausrichten. Da war noch einer, der irgendwo hingeflattert ist, aber wir waren zu erschöpft, um ihn zu folgen. Wenn du den ganzen Spaß verpasst hast, melde dich freiwillig, melde ich dich freiwillig, die Gegend nach ihm abzusuchen. Und beeil dich. Wenn der Horizont erreicht, bricht dir die Hölle los. Hm, wo ist der? Hm, direkt vor mir da. Ist die Katze, ich glaube, das ist es. Einfach komplett aus dem Leben geballert. So sind die Blue Mages. Gut gemacht, mein Freund. Wenn ich so darüber nachdenke, habe ich solche Kreaturen schon mal gesehen. Sie kommen in der großen Maskerade zum Einsatz. Was die Frage aufwirft, was machen sie hier? Sie sind hier lang, schnell! Fergus und sein Sohn Sintenfried. Oder wie der Bengel heißt. Blaubert, dann haben du und deine kleinen Freunde wohl die Geflohne Nichtsgesandten erlegt. Da muss ich mich anscheinend bei euch bedanken. Vergesst das. Sagt uns einfach, was hier los ist. Ihr habt ihn gehört, Fergus. Royce ist auch hier bei den Höllen. Jetzt kommen sie alle aus ihren Löchern gekochen. Ups, nicht überspringen. Nein, 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 nein. Glaubt ihr, ihr könnt euch mit einem Nichtsgesandten aus dem Staub machen und damit durchkommen? Investor oder nicht? Zu viel ist zu viel. Ganz ruhig. Ich hab meine Lilletisch ein paar gedient, um meinen Aufstand der Hekatoscheren auf meinen Grund und Boden zu unterdrücken. Immerhin gehört die Kupferkloppenmine der Amagina Bergbau AG. Es wird dich sicherlich freuen zu hören, dass deine Vodorigas sich als äußerst effektiv erwiesen haben. Wahrhaft lebendige Waffen. Weißt du, die Aufgabe schien mir eine Verschwendung für die Talente der Eisenscheinsoldaten zu sein. Und Abenteurer anzuhören ist ein kostspieliges Unterfangen. Tatsächlich denke ich darüber nach, Nichtsgesandte auch anderswo zum Schutz meiner Interessen von umheftreifenden Bestien, Amal-Jahre-Marodeure und dergleichen einzusetzen, damit mein Sohn und seine Männer nach Ulda zurückkehren können. Du wärst erstaunt, wenn du den Unterschied eine Privatarmee an deiner Seite macht. Also darum geht es hier. Es war alles nur ein Trick, um eure Hände ab meine Menagerie zu kriegen, nicht wahr? Das ist Vertragsbrauch. Vertrag? Du scheinst zu vergessen, dass mir die Mehrheit der Vermögenswerte der himmlischen Arena gehören. Durch diese Mehrheit habe ich das Recht, sie so zu führen, wie es mir gefällt. Jede Marinette, jeder Nichtsgesandte und jeder will der Bestie in dieser Menagerie gehört jetzt mir. Ich hab euch gestattet, in die himmlische Arena zu investieren, nicht, sie mir unter der Nase wegzukaufen. Sei nicht so naiv. Du glaubst, ich wollte enorme Summen an Geld investieren, nur um dich dann zurückzulehnen, um mich dann zurückzulehnen und auf tröpfelnde Gewinne zu warten, hast du dich geschnitten. Ich habe es nicht so weit gebracht, indem ich mich von Poltern in Dummköpfe mit mehr Geld als Verstand herbeherum kommandieren lassen. Die himmlische Arena gehört mir, verstanden? Pass auf, was du sagst, du zweiklassige Stümperin. Zweiklassik? Pah! Fragt doch mal eure Freunde vom Skroppelkreis, wen sie für Zweiklassik halten. Ich werde dich aus Ulda, nein, aus Eosea vertreiben. Alles, was du hast, wird mir gehören. Mir! Dürfte ich einen Vorschlag machen? Wenn ihr nach einem Ersatz für die Eisenschein-Soldaten sucht, vielleicht ist die Blaumagier gilt ja dann eine etwas handhabbarere Alternative zu wütenden Bestien. Handhabbarere. Jeder unserer Magier ist voll ausgestattet mit einem umfangreichen Auswahl an Offensiven, Defensiven und heilenden Zaubern. Perfekt für jede Gelegenheit. Wer von allem ein bisschen kann, kann nichts richtig. Ich habe kein Interesse an erbärmlichen Narren in albernen Kostümen. Wir werden sehen, wer hier erbärmlich ist, wenn ich eurem Sohnemann den Hintern versohle. Tatsächlich scheint es mir, als könnten wir die ganzen Streit mit einer freundschaftlichen Wette beilegen. Wenn ich verliere, geht die himmlische Arena an euch, einschließlich der gesamten Menagerie. Ihr könnt alle nichts gesandten, sowie die anderen Bestien nach eurem Gutdünken einsetzen. Aber wenn ich gewinne, bleibt die himmlische Arena im Besitz von Reus. Ihr werdet damit aufhören, die Bestien vor der Leine zu lassen und die Blaumagier gilt ja zum Schutz eures Eigentums anheuern. Martin, was machst du denn da? Haha, du hast Mund, das lasse ich dir. Also gut, ich nehme an. Ich kann mich nicht entscheiden, worauf ich mich mehr freue. Die himmlische Arena zur stetig wachsenden Liste der Betriebe und unserer Familie hinzuzufügen, oder dich vor deinem geliebten Publikum bis auf die Knochen zu blambieren. Guck mich doch nicht an! Ich weiß, dass du dich wieder auf magische Weise verletzen wirst. Äh. Also gut, meine Lieben, dank der Nichtsgesandten werden wir hier wohl doch keine Hekaton-Scheren jagen. Nutiba, Apiandi, mir bleibt nicht mehr viel Zeit bis zu meinem Kampf. Daher zieht ihr besser los, um ein paar neue Zauber und so zu lernen. Potato und ich werden zur Gilde zurückkehren. Die Gilde, die zwischen der Weber-Gilde und der Minenarbeiter-Gilde steht. Einfach der Platz, das ist die Blaumagier-Gilde. Oh Mann, ey. Martin ist ja echt ein besonderer Typ. Vielleicht meinen wir, wir werden jetzt hier die nächsten 5 Level gleich bekommen, ne? An der Arena. Joa. Dann wird er sich verletzen. Weil er letztlich dich ausgeführt hat. Ich habe nur schon drauf gewartet, dass wir nicht mit ihm sprechen, aber nicht mal andere mit Reus oder so. Ha, es geht doch nichts darüber, den Einsatz zu erhöhen, um einen Kampf interessanter zu gestalten. Findest du nicht auch? Allein bei den Gedanken daran kommt mir die Galle hoch, aber die Zukunft der himmlischen Arena liegt in deinen Händen, Martin. Wenn du gegen Siegkruel verlierst, werfe ich dich den Bihum aus dem Fraß vor. Keine Sorge, ich, Blaubeert Falschenblau, schwöre, die Arena mit meinem Leben zu verteidigen oder mit Potatoes leben. Also, als ob ich eine verdammte Wahl hätte, da habe ich mir wieder was Schönes eingebrockt. Wie auch immer, wie ich bereits erwähnt habe, solltest du dich bereithalten, für mich einzuspringen, falls ich versehentlich eine Drachenpfefferschrutsche oder so esse und unvermeidlich verhindert bin, falls du verstehst, was ich meine. Wie dem auch sei, es gibt da noch einen Zauber, den du lehren solltest. Er nennt sich Froschkonzert und obwohl er in der Arena nicht besonders nützlich sein wird, kannst du ihn zum Einsatz bringen, wenn wir demnächst für den Schutz der Minen der Amagina Bergbauer G bezahlt werden. Ich erwarte großartige Taten von Falschenblau II. Nun geh und mach deinen Gildenmeister stolz. Das ist so klar. Das deutet ja schon anders wie jetzt. Martin ist erstaunlich munter für jemanden, der demnächst von einem sehr großen Mann mit einem sehr großen Schwert angegriffen wird. Ach, du hast Froschkonzert gemeistert, ja? Sehr gut. Doch zum Glück für dich bin ich in perfekten Form, daher wirst du wohl nicht für mich einspringen müssen. Endlich wird dieser verdammte Siegbrett bekommen, was er dafür verdient, Blaubeert Falschenblau herauszufordern. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit bis zum Kampf, aber ich muss doch das eine oder andere erledigen, bevor ich die Arena betrete. Keine Sorge, ich werde mich von Drachenpfeffer und derlei Ding fernhalten. Ich bin mir nicht so sicher, was der Wehrmacht. Ich trau dem Herrn nicht. Zurecht, möchte ich sagen, zurecht. Ah, Reus. Oh, Martin ist nicht auffindbar. Meine Lieben. Oh, Moment mal. Du bist allein? Wo ist Martin? Das eine oder andere erledigen? Ich bin eh schon mit den Nerven am Ende und dann verschwindet er auch plötzlich einfach so. Ich hab noch nie jemanden getroffen, der mich so wütend macht. Wir finden ihn besser und das schnell. Ja, tut ja, denkt, der Meister sucht da Informationen über Sigrid. Er murmelte was von, wer versagt, sich vorzubereiten, bereitet sein Versagen vor oder so. Hat er anscheinend bei Notiba aufgeschnappt. Leicht ist Meister Martin zum Kolossierum gegangen, sieht Fred ist ziemlich berühmt dort. Aber der Kampf wird bald beginnen. Warum hat er bis jetzt gewartet? Was für ein Idiot. Hat er noch nie den Ausdruck, kenne dein Feind, gehört? Mehr über seinen Gegner herauszufinden, ist das Erste, was er hätte machen sollen. Nicht das Letzte. Ganz zu schweigen davon, dass er automatisch verliert, wenn er nicht rechtzeitig wieder hier ist. Also gut, lass uns zum Kolossierum gehen und fragen, ob jemand ihn gesehen hat. Bei seiner Erkundung hat er sich jetzt verletzt. Oh nein, dann muss Potato einspielen. Er wird einfach schritten sein. Wir können zum Teleporter und zur Arena. Gladiatoren-Gilde. Da, da, da. Da, 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 da. Wir müssen hier suchen, ne? Ah ne, das ist Reus und da. Ne, das ist doch dann das hier. Das ist ein anderer Quest. Ein Mann, der nach Sieg wird, fragt? Ja, tatsächlich hat ein eher schlampig angezogener Kerl derlei Erkundigung eingezogen, wenn dir das weiterhilft. Und wenn ich das hinzufügen darf, ich bin extrem enttäuscht, dass einer der angesehensten Gladiatoren des Kolossierums so tief sinken würde, in diesem albernen Zirkus, den sie in der himmlischen Arena veranstalten, aufzutreten. Hat er denn gar kein Schamgefühl? Was? Also. Pff. Kunstbanausen. Ja, ja, der war vor wenigen Momenten hier. Es scheint, als würde er über, äh, als würden alle über Sieg wird reden. Ah, sein Kampf mit Blau, mit falschen Blau, beginnt gleich. Bei den Göttern hoffentlich schaffe ich das rechtzeitig. Ja, der war hier. Hat mich mit seinen Fragen wohl Sieg wird genervt. Wollte wissen, welche Techniken er einsetzt und ob er irgendwelche Schwachpunkte hat. Hä, er schien mir nicht zu wetten, hier zu sein, äh, schien mir nicht zu wetten, hier zu sein. Vielmehr wollte er wohl wissen, wie man Siegbrit schlagen könnte. Hä, als ob dieses Wissen ihm irgendwie helfen würde. Keine Formation der Welt rettet einen vor so einem Breitschwert, das auf deine Rübe niedergeht. Hä, ich bin nicht treffen lassen. Ja, die Bubble. Die Bubble schützt. Also ist das so, wie Latolia es vermutet hatte. Er war wirklich hier. Potato? Reus? Was führt euch denn her? Das gleiche sollte ich dich fragen. Es sollte eine himmlische Arena sein im Kostüm. Achso, was um alles in der Welt wird hier gespielt? Oh, ich blut, meine Liebe. Ich erkundige mich einfach nach meinem Gegner. Das ist alles. Ich bin mitten im Versagen, sich vorzubereiten. Nein, warte. Das ist nicht richtig. Doch, das ist nicht richtig. Wie auch immer, es ist, wie ich dachte. Dieser schwerfällige Gobbi weiß nur, wie man im Nahkampf angreift. Also muss ich ihn lediglich mit meinen besten Zaubern bombardieren, bevor die Chance hat, an mich heranzukommen. Was soll da aber schon auch schief gehen? Nun, die Zeit ist gekommen, dass Siegfried meinen Zorn zu schmecken bekommt. Auf zur himmlischen Arena. Okay, also kämpft er jetzt wirklich und verliert vermutlich und dann müssen wir einspringen. Meine Damen und Herren, Jungs und Mädels, der Wettbewerb, auf den wir alle gewartet haben, wird gleich beginnen. Strahlender als der azurblaue Himmel, tiefer als das kobaltblaue Meer. Freut euch auf einen zauberhaften Abend voller magischer Unterhaltung. Er stolpert es beim Reintreten in die Arena. Blaubeert, Fallchenblau! Und hier kommt sein Widersacher. Wie aus den Seiten einer Legende entstiegen, der unvergleichliche Schwertkämpfer und Champion des Kolosseums. Siegfried! Das ist eine Knarre dabei. Ich traue meinen Augen kaum, meine Damen und Herren. Noch nie habe ich eine solch drastische Wandlung gesehen. Wie wir alle wissen, mag Blaubeert, Fallchenblau, seinen kleinen Tricks. Also hat sich kritisch entschieden, selbst ein paar vorzubereiten. In der Amazina Bergbau AG vorforschen wir verschiedene Technologien, einschließlich Galäischer Magitek. Wir haben sogar ein paar Fundstücke von dem Schlachtfeld restauriert. Magitek, ich kann mich an keine Legende über Siegfried erinnern, in der er galäische Rüstung trägt und eine Handkanone hat. Keine Sorge, es bedarf mehr als ein paar eilig zusammengefickter Topfdeckel und einer Toffelkanone für Kinder, um Blaubeert, Fallchenblau zu übertreffen. Was? Toffelkanone ist ein Imbar. Doch genug geredet. Auf geht's. Erkenne deine Torheit, Siegfried. Was? 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 Du hattest dir eine Chance gegen Blaubeert, Fallchenblau. Das wurde doch abgesprochen. Oh. Oh. Boogel. Bye. Ah, hallo. Blaubeert, Fallchenblau. Wer Siegfried zum Arschlussangriff? Im letzten Augenblick ab. Niemals werde ich einem schamlosen Schummler wie dir unterliegen. Was ist das? Wann ist die Munition leer? Nein, Fallchenblau. Es geht in die Arena. Mach den Schlussstich. Welche Entschlossenheit. Dieser Kampf ist noch nicht vorbei. Beeindruckend, aber es ist in der Zeit, dass du dich geschlagen gibst. Niemals. Es gibt keinen Tränen vor der ultimativen Blaumagie. Er hat gefurzt. Ja, das war doch das. Das war doch Selbstopferung, ja. Die Explosion gemacht. Das war ein Idiot. Schlusslich macht mehr Damage. Unglaublich. Unglaublich. Selbst nach dem wachhalsigen finalen Angriff von Blaubeert, Fallchenblau steht der Herausforderung noch. Der Sieg geht an Siegfried. Kippt er um. Ohne diese Magitek-Rüstung hätte es mich in Stücke gerissen. Vater, ich wurde lediglich durch meine Rüstung gerettet. Um der Ehre willen verlange ich einen Rückkampf. Hahaha, gegen mich. Wie du willst. Allerdings sieht es so aus, als würde dieser arme Nahe ein Krankenbett benötigen. Oder ein frisch ausgehobenes Grab. Wenn Blaubeert, Fallchenblau nicht in der Lage ist, zu kämpfen, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als ein Vertreter zu bestimmen. Huss. Ach, wer könnte das nur sein? Fallchenblau der Zweite, ich fordere dich heraus. Grundgültiger Götter, ich vermag mir gar nicht auszumalen, was der nächste Kampf für uns bereithält. Da Blaubeert, Fallchenblau gebrochen und geschlagen ist, fällt es einem begabten Schutzling zu, ihn zu rächen. Glaubst du, ich mach nicht lustig? Freundchen, der hätte sich schon viel früher zugestochen. Ach, es tut mir so leid. Ehrlich gesagt wusste ich, dass er mich besiegen würde, nachdem er meine Totalabwehr durchbrochen hatte. Meine letzte Hoffnung bestand darin, einen Unentschieden herbeizuführen. Wir wissen ja, wie das ausgegangen ist. Und diese ganze Herumfangerei vorher war eine einzige Zeitverschwendung. Wenn ich gewusst hätte, dass er in einer Magitek-Rüstung aufkreuzt und eine verdammte Kanone schwingt, dann hätte ich... Nun, ich weiß auch nicht, vermutlich hätte ich da auch dann nicht viel ausrichten können. Du solltest nicht so hart mit dir ins Gericht gehen, Martin. Ich dachte, du würdest ihn bezwingen und das mehr als einmal, wenn ich das hinzufügen darf. Auf jeden Fall läuft die Wette, die über die Eigentümerschaft der himmlischen Arena entscheidet noch immer. Jetzt liegt alles an dir, Potato. Sieg wird es stark wie ein Auerochse, gerissen wie ein Fuchs und schlüpfrig wie ein Aal. Du wirst all deine Sinne beisammenhalten müssen. Sieg wird es ein Chorknabe im Vergleich zu mir. Ich hab Schluss dich. Er hat hört, du klingst auf jeden Fall selbstbewusst. Auf jeden Fall hast du noch genug Zeit, um dich vorzubereiten. Also stelle sicher, dass du der entscheidenden Kampfkraftprobe mit Siegfried gewachsen bist. Ich wünsche dir viel Glück. Ach, ich komme mir so dumm vor. Ich habe Reus beinahe die himmlische Arena gekostet und der Ruf der Gilde liegt im Scherben. Blaumagie eignet sich perfekt für jede Gelegenheit. Wer sollte ich es jetzt noch glauben? Ich konnte genauso gut all meine Forschung ins Blumsklo werfen. Es sei denn, du wärst gewillt, mir aus der Patsche zu helfen. Wenn du zusammen mit ein paar anderen Blaumagiern auf Erkundung gehst, könnte ich die Informationen in einer Art Journal zusammentragen, bei dessen Hilfe ich neue Strategien entwickeln kann. Ich habe dein Zauberbuch der Blaumagie ein paar Seiten zugefügt, um leichter den Überblick zu behalten. Jedes Mal, wenn du mit einer Geschichte zurückkehrst, erhältst du eine Belohnung, einschließlich ein paar Jagdabzeichen. Wir bieten sogar spezielle Waren für Blaumagier an, die du für gesammelte Abzeichen erhalten kannst. Natürlich trägt jeder Gegenstand mein persönliches Gütesiegel. Ah, das Blumage-Log, glaube ich, oder so. Keine Ahnung. Bartal, was rede ich denn jetzt überhaupt davon? Dafür bleibt es noch jede Menge Zeit, nachdem du Siegfried besiegt hast. Nun geh, Feilchenblau der Zweite, räche deinen Meister und stelle dir die Ehre der Blaumagier-Gilde wieder her. Ja, Journal des Blaumagiers freigespült. Der große Maskerade wurden neue Vorstellungen hinzugefügt. Sprich mit dem Einlasser der himmlischen Arena, um daran teilzunehmen. Außerdem kann nun über das Zauberbuch der Blaumagie auf das Journal zugegriffen werden. Wenn du mit Latolia sprichst, kannst du die Jagdabzeichen gehen, wo erschiene Gegendchen eintauschen, die sich bei den Abenteuern als nützlich erweisen könnten. Zauberbuch, Journal, A Remi-Born, Palast des Wanderers, Ruin von Underbore. Bedingungen, vier Spieler. Wir müssen auf das Level von den Inhalten runter. Also ist das Blue Mage-Log. Und da versuchen Leute immer. Ja, gut zu wissen. Gucken wir mal ganz, ganz, wie viele neue Arena-Stufen wir haben. Der Part ist dann vielleicht sogar ein bisschen kürzer, aber das würde ich noch den nächsten Part angehen hier. Gucken wir mal direkt die 5. Papa Mia, exklusive Schnaufen, geneidete Puppenspieler. Die Melodie von Feuer und Wasser und Sieg wird der beste Schwertkämpfer der Welt. In drei Akten wieder mal. Tja. Gut, meine lieben Freunde auf YouTube. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet ihr uns, steif mal etwas Beste aus eurem Leben. Und euer Potato Pet verabschiedet sich. Und der Zes bestimmt auch, der hier steht. In einer schönen Rüstung. Sag mal Tschüss. 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 He 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 he.